Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu Alle Gegen Thiele, dein 2. Bundesliga-Tippspiel hier auf YouTube und es geht wieder los. Letzte Saison gab es ja Alle Gegen Thiele für die 1. Fußball-Bundesliga, dieses Jahr für die 1. und 2. Bundesliga. Den Link zur Tippgruppe bei Kicktipp findet ihr unten in den Kommentaren, wie auch in der Videobeschreibung. Also tretet gerne noch bei. Heute Abend geht es ja endgültig los mit dem Tippspiel. Natürlich könnt ihr auch noch in einem halben Jahr beitreten. Wenn ihr richtig gut seid, holt euch dann den ersten Platz und natürlich wird es auch wieder was zu gewinnen geben. Die ersten werden auf jeden Fall was gewinnen, ob das dann die ersten 3 oder 4 sind ja auch immer davon ab, wie nah die Punkte beieinander sind. Und was es zu gewinnen gibt, werdet ihr dann im Laufe der Saison auch erfahren. Heute geht es los mit Spieltag Nr. 1. Ihr kriegt hier meine 9 Tipps. Tippt somit dann alle gegen mich und wer gut tippen will, sollte vielleicht nicht jeden Tipp von mir nehmen. Aber ansonsten werden wir mal sehen. Ansonsten noch eine kleine Info, bevor es meine 9 Tipps gibt. Die Live-Talks stehen wieder an und zwar zur 2. Bundesliga. Heute Abend talken wir live, morgen auch und Sonntag auch. Also alle Spiele gibt es hier auf Kickoff live im Talk. Also seid auch dort gerne mit dabei. Jetzt erstmal der Blick auf die neuen Spiele, die dieses Wochenende anstehen. Am Freitagabend, sprich heute. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga und das klingt doch eigentlich schon eher nach Bundesliga. Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein. Auch wenn es nach Bundesliga klingt, stehen beide vollkommen zurecht hier in Liga 2 auf dem Platz in einer wirklich geilen Liga. Ja, Schalke empfängt Hamburg. Damit geht es auf jeden Fall schon mal gut los. Am Samstag haben wir dann eine Viererkonferenz am Samstagmittag mit Darmstadt gegen Regensburg. Heidenheim gegen Paderborn. Aufsteigerduell zwischen Dresden und Ingolstadt. Zudem Aufsteiger Rostock gegen den Karlsruher SC. Dann am Samstagabend eines von vielen Nordduellen, welches wir diese Saison haben werden. Mit Bremen gegen Hannover. Also dort haben wir den zweiten Absteiger aus der Bundesliga, die direkt einmal zu Hause gefordert sind. Und neue Anstoßzeit. 20.30 Uhr Samstagabend ist jetzt immer das Topspiel der 2. Bundesliga. Also nicht mehr am Montagabend. Die Anstoßzeit gibt es nicht mehr dafür am Samstagabend. Dann wie gewohnt Sonntagmittag. Drei Spiele. In dem Fall ist das St. Pauli gegen Holstein Kiel. Der 1. FC Nürnberg gegen den FC Erzgebirge Aue. Sandhausen zudem auch noch gegen Fortuna Düsseldorf. Und nun gehen wir rein in meine neuen Tipps und beginnen logischerweise per Rangfolge mit dem Freitagabendspiel. Auftakt Schalke gegen den Hamburger Sportverein. Das klingt schon mal richtig gut und ich glaube, es wird auch vor allem für den neutralen Zuschauer ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Ich schätze beide Teams aktuell ungefähr gleich stark ein. Bei Schalke muss man natürlich ganz klar sagen, man hat eine komplett neue Mannschaft. Also es kann durchaus sein, dass acht neue Spiele in der Startelf stehen. Trotzdem hat man das Gefühl in der Vorbereitung. Das Team hat sich relativ früh und auch gut gefunden. Ob es natürlich jetzt aber auch schon reicht für Liga-Betrieb ist die nächste Frage. Beim HSV hingegen könnte man natürlich meinen, ja die sind eingespielt. Naja, es gibt einen neuen Trainer mit Tim Walter. Ein neues Spielsystem plus auch dann drei, vier neue in der ersten Elf. Also auch dort ist vieles neu. Auch deswegen auch da schwierige Einschätzungen. Man muss auch dazu sagen, der HSV hat ebenfalls eine gute Vorbereitung gespielt. Deswegen sehe ich beide ungefähr auf einem Level. In diesem Spiel hängt auch viel von Spielglück ab, was in Liga 2 ohnehin eine große Rolle spielt, weil sie einfach so eng ist. Ich gehe hier aber von einem Auftaktsieg für den Absteiger, für den NFC Schalke 04 aus. Der S04 schlägt den HSV mit 2 zu 1. Am Samstag kam man dann Darmstadt gegen Regensburg. Die Darmstädter letzte Saison, vor allem auch im Schlussspurt, richtig stark gewesen. Regensburg hingegen erst vor Ende, ja gerade noch die Klasse halten können. Aber was letzte Saison war, spielt in der zweiten Liga auch wenig eine Rolle, weil oftmals die Kader sehr, sehr verändert werden. Und das sehen wir auch bei Darmstadt. Haben viele Leistungssäger verloren, Beispiel natürlich Serdar Dusso, letzter Torschützenkönig. Zudem Trainer Anfang an Bremen verloren. Jan Regensburg hingegen konnte die Mannschaft, bis auf Sebastian Stolz, aber auch das ist zu verkraften, ganz gut zusammenhalten. Tatsächlich sehe ich deswegen auch den Jan stärker und Regensburg gewinnt mit 2 zu 1. Heidenheim gegen Paderborn. Auf dem Papier denke ich mal ein ausgeglichenes Duell, auch Heidenheim, ein Team, was einfach durch Konstanz und durch eine souveräne, strategisch kluge und ruhige Entwicklung besticht. Natürlich ist Frank Schmidt noch der Coach. Der Kader ist ungefähr gleich geblieben, hingegen bei den Paderbornern ein etwas größerer Umbruch. Die Ära Baumgart ist vorbei. Man hat nun auch einige neue Spieler, weil man auch mehrere Stammspieler wie Kapitän Sebastian Schonlauch verloren hat. Deswegen wird es Paderborn, glaube ich, auf jeden Fall auch vor allem zu Beginn wirklich schwer haben. Heidenheim holt sich in einem torreichen Spiel den Sieg. Am Ende gewinnen sie mit 3 zu 2. Dann das Aufsteiger-Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Und das wird schon mal richtig spannend. Dresden, vollkommen verdient aufgestiegen, haben eine richtig gute Drittligasaison gespielt. Vor allem auch am Ende nochmal durch den Trainerwechsel. Die letzte Konsequenz auch in die Leistungen reinbekommen. Ingolstadt hingegen braucht nicht die Relegation. Und bei beiden Teams wurden die Kader verändert. Bei Dresden finde ich sogar verstärkt. Bei Ingolstadt eher nur verändert. Und trotzdem sehe ich beide ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Bei Dynamo Dresden kann sicherlich der Vorteil sein, Heimspiel, eine gewisse Euphorie, direkt entfachen wollen. Ingolstadt hingegen tippe ich da sogar eher als der Außenseiter der Partie an. Aber ich denke trotzdem müssen wir den Unentschieden geben im Aufsteiger-Duell und zwar ein 1 zu 1. Der nächste Aufsteiger heißt Hansa Rostock. Letztes Jahr zweiter gegen den Karlsruher SC. Und die haben eine echt gute Saison gespielt. Fliegen immer so ein bisschen unter dem Radar, aber haben echt eine richtig gute Runde gespielt. Natürlich wollen sie das auch dieses Jahr wieder. Ich schätze Karlsruhe stark ein. Vor allem auch mit Coach Christian Eichner, mit Torschütze Philipp Hofer. Wenn er denn bleibt, Hansa Rostock hingegen. Hat gute Transfers getätigt. Ich sehe den Aufsteiger fast sogar mit am stärksten von den drei Aufsteigern. Es wird ein gutes Spiel, ein enges Spiel. Auch das wird 2 zu 1 ausgehen. Aber diesmal für das Auswärtsteam. Karlsruhe gewinnt. Und dann am Samstagabend. 20.30 Uhr. Was für eine geile Fußballzeit. Bremen dann auch noch gegen Hannover. Wahnsinnsspiel. Zumindest mal auf dem Papier. Auch das klingt wie Schalke ASV. Extrem nach Bundesliga. Zumindest nach Vergangenheitsbundesliga. Denn jetzt ist 2. Liga angesagt. Bremens Kader ist noch nicht so richtig dafür angekommen. Da werden noch einige Transfers getätigt werden müssen. Hannover hingegen hat mal wieder einen neuen Coach. Hat auch mal wieder 3, 4, 5 Transfers jeweils getätigt. Und das sieht für mich auf dem Papier auch schon mal ganz gut aus. Und deswegen glaube ich, es ist ein ausgeglichenes Duell. Bremen hat es zu Beginn der Saison, glaube ich, auf jeden Fall schwer. Und deswegen geht das Spiel 2 zu 2 unentschieden aus. Dann haben wir noch St. Pauli gegen Kiel am Sonntagmittag. Auch dort, Holstein Kiel, viele Spieler verloren. Der Trainer ist zum Glück noch mal geblieben. Bei St. Pauli haben wir eine gewisse Konstanz in der Rückrunde gesehen. Die möchte man nun bestätigen. Und deswegen gewinnt man auch mit 2 zu 1. Dann noch Nürnberg gegen Erzgebirge Aue. Der 1. FC Nürnberg vor einem guten Jahr fast abgestiegen. Letzte Saison war souverän gut. Und diese Saison, wenn man etwas weiter nach oben guckt, dafür wurden auch gute Leute hinzugeholt. Vor der Defensive wurde extrem gut verstärkt. Aue hingegen, ja, ist eine Wackelnummer, würde ich mal sagen. Weil man auch, Beispiel Krüger und Testro, zwei ganz wichtige Offensive verloren hat. Das wird sich bemerkbar machen. Nürnberg gewinnt mit 3 zu 1. Das letzte Spiel, auch das Sonntagmittag, heißt Sandhausen gegen Düsseldorf. Sandhausen sehe ich durchaus kritisch. Sie haben ihren Torschützen mit Behrens verloren. Natürlich Testro dafür bekommen. Trotzdem sehe ich Sandhausen im Abstiegskampf. Düsseldorf darf im Aufstiegskampf. Und das ja noch zu Beginn sehen. Düsseldorf gewinnt mit 2 zu 0. Das sind also meine neuen Tipps. Und ich habe mich da wirklich wenig auf die letzte Saison verlassen. Weil man einfach immer wieder auch gemerkt hat, viele Teams haben sich verändert. Und das muss man mit reinnehmen in die Rechnung. Deswegen stehen viele auch einfach noch bei 0. Und es wird sich einfach zeigen, wie es ausgehen wird. Generell 2. Liga ist unglaublich spannend. Ich finde, eigentlich ist jedes Duell eng. Vielleicht noch raus zu den Nürnberg-Aue und Sandhausen-Düsseldorf, wo man vielleicht wirklich einen klaren Favoriten sieht. Aber der Rest, finde ich, ist unglaublich eng. Und das ist die 2. Bundesliga. Und das wird geil. Wie gesagt, alle Spiele per Live-Talk dieses Wochenende auf Kick-Off. Seid gerne mit dabei. Heute Abend geht es los mit Schalke gegen Hamburg. In dem Sinne, macht's gut, ciao. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.